Wo wollen wir leben? Stadt oder Land? Ein Sechstel der Menschheit will oder muss in Städten leben. Lebenskampf und Klimakatastrophen machen unsere Städte rauer. Landschaften werden permanent bebaut, betoniert. Wir wollen bestimmen, wie wir wirklich leben, wohnen, arbeiten wollen. Wir glauben, dass wir die Lösungen in unseren Städten suchen müssen. Wir wollen verführen zum Leben in Städten. Verführen zu einem Stadtalltag, in dem Nachhaltigkeit selbstverständlich ist. In dichten Städten, in ökonomischen Städten. Mit minimalem Verbrauch von Ressourcen und Flächen. Mit kurzen Wegen. Mit Landschaften, die alles gleichzeitig kennen. Es sind lernende Landschaften. Landschaften, die Klimafolgen dämpfen. Landschaften des Zeitvertreibs. Landschaften mit Natur zum Anfassen. Landschaften, die einen umweltgerechteren Alltag bewältigen. Landschaften, die Menschen zusammenbringen. Lernende Landschaften. Musik Zur Nachahmung empfohlen. In den Städten dieser Welt. Nachahmung und Flächen. Nachahmung und Flächen. Nachahmung.